Bitterfeld-Wolfen Bitterfeld-Wolfen ist eine Stadt im mitteldeutschen Chemie-Dreieck in Sachsen-Anhalt. Hintergrund Die Stadt Bitterfeld-Wolfen entstand 2007 durch die Fusion der beiden Städte Bitterfeld und Wolfen und der drei Gemeinden Greppin, Holzweißig und Talheim und ist große Kreisstadt im ebenfalls 2007 begründeten Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 2009 trat zusätzlich die Gemeinde Bobau der neuen Einheitsgemeinde bei. Die Orte haben keine gemeinsame Geschichte und auch keine gemeinsame Stadtentwicklung, was man dem zerrissenen Stadtbild ohne klares Zentrum, auch einiger der einzelnen Orte, ansieht. Einige Orte haben eine bis ins späte Mittelalter rückverfolgbare Geschichte. Bedeutung erlangten sie aber erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als in der Region entdeckte Ziegeleiton und Braunkohle vorkommen die Basis für eine rasch expandierende Brennstoff-Briketts, Baustoff und vor allem seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Chemieindustrie legten. Auch heute noch prägt die Chemieindustrie nicht nur weite Teile des Stadtbildes und andere durchverzweigte Rohrbrücken, sondern auch das Image der Stadt. Die Folgelandschaft der ehemaligen Braunkohlgruben im Süden der Stadt entwickelt sich hingegen zu einer Freizeit- und Erholungslandschaft. Bitterfeld war eine Ackerbürgerstadt und regionaler Verwaltungssitz für das sächsische, seit 1815 preußische, Amt- bzw. Kreis Bitterfeld. Der 1857 entstandene Eisenbahnknoten und die Ton- und Braunkohlegruben legten die Basis für die Industrialisierung und ein explosives Wachstum der Stadt mit den neuen Industriegebieten westlich und nördlich des historischen Zentrums. Wolfen war ein unbedeutendes Straßendorf an der Chaussee Leipzig, Dessau und bildete den Grenzort Sachsens bzw. Preußens zum nördlich angrenzenden Herzogtum Freistaat Anhalt, die entlang des Baches Fune verlief. 1909 gründete das Farben- und spätere Filmunternehmen Agfa auf Wolfener Flur eine Farben- und später Filmfabrik, die das Stadtbild grundlegend veränderte durch die Industriegebiete südlich und westlich sowie Wohngebiete westlich und nördlich des alten Dorfes. 1961 expandierte Wolfen nach Norden über die Fune und bekam eine im Plattenbaustil errichtete Trabantenstadt Wolfen-Nord, die zum Bevölkerungsschwerpunkt Wolfens wurde und, trotz massiven Leerstands, bis heute von Bitterfeld-Wolfen bleibt. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Leipzig-Halle, Lee. Diesen erreicht man mit der Bahn in ungefähr 60 Minuten mit Umsteigen in Leipzig-Messe oder Halle, Saale. Hauptbahnhof mit dem Auto sind es 30 Minuten über der A9 und A14 oder die B184. Mit der Bahn im Stadtgebiet gibt es insgesamt vier Bahnhöfe, die Bahnhöfe Bitterfeld, Krebin, Wolfen und Jesnitz, Anhalt. Der Bahnhof Bitterfeld ist davon der bedeutendste. Es halten vereinzelte ICE-Züge auf der Strecke, Hamburg-Berlin-Halle-Erfurt-München. Zusätzlich gibt es einen stündlich Verkehr in den Regionalexpress in die nahen Großstädte Leipzig, Dessau, Roslau und Magdeburg, der in den Bahnhöfen Wolfen und Bitterfeld hält. Bahnamtlich heißt der Wolfener Halt Wolfen, Kreis Bitterfeld, was zu Verwirrungen führen kann. Es bannen zwischen Dessau und Alternierentale bzw. Leipzig halten an allen vier genannten Bahnhöfen. Mit dem Bus mit Stand Juli 2018 halten keine Fernbusse in Bitterfeld-Wolfen. Regionalbusse fahren in die Orte des ehemaligen Landkreises Bitterfeld sowie nach Köthen und Dessau. Auf der Straße durch Bitterfeld-Wolfen verlaufen drei Bundesstraßen. Die nächsten Autobahnanschlüsse bestehen an der A9 Berlin, Leipzig, Nürnberg, München nach Süden mit der Abfahrt Halle, Saale, an der B100 nahe Brenner, nach Norden mit der Abfahrt Dessau süd an der B184 und für das Zentrum die Abfahrt Bitterfeld-Wolfen. Die B100 Halle, Saale, Lutherstadt Wittenberg. Die B183 Köthen, Anhalt, Torgau, Bad Liebenwerder. Die B184 Leipzig, Dessau-Roslau, Magdeburg. Mobilitätsstadtbusse erschließen das Stadtgebiet von Bitterfeld sowie die weiteren Stadtteil Wolfen, Krebin, Holzweißig sowie angrenzende Ortschaften. Zentrale Umsteigepunkte sind am Bahnhof Bitterfeld sowie am Töpferwall nahe des Stadtzentrums von Bitterfeld. Entlang der wichtigsten Straßen führen durchweg Radwege, auch zwischen den Stadtteilen. Allerdings haben diese eine schwankende Qualität des Belags. Innerhalb der einzelnen Stadtteile kann man laufen, zwischen den Stadtteilen sind die Entfernungen hingegen zu groß. Mit dem Pkw hat man, von Stoßzeiten während des Berufsverkehrs abgesehen, keine Probleme. Auch Parkplätze sind fast überall ausreichend vorhanden, wenn auch gelegentlich gebührenpflichtig. Sehenswürdigkeiten geprägt durch seine Industriegeschichte sind Industriedenkmale. Die herausragenden Sehenswürdigkeiten von Bitterfeld-Wolfen Unbedingt sehenswert ist das Industrie- und Filmmuseum im Stadtteil Wolfen auf dem Gelände der ehemaligen Filmfabrik. Hier können Besucher an originalen Produktionsstätten mit den Maschinen aus den 1920er-30er Jahren die Produktion von Fotofilmen nacherleben, voll Verdunklung inklusive. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Filmfabrik, heute Rathaus von Bitterfeld-Wolfen, Rathausplatz, ist ein Beispiel für monumentale Repräsentativ-Architektur der 1930er Jahre bei gleichzeitig erstaunlicher Funktionalität, Zugang während der Öffnungszeiten der Behörde möglich, including Paternoster. Der Kulturpalast der Chemiearbeiter, Sörbiger Straße, Anfang der 1950er Jahre in zahllosen freiwilligen Stunden errichtet, zeigt mit viel Marmor, Stuck und Holzfertiflung den gesellschaftlichen Anspruch der herrschenden Klasse der 1950er Jahre. Walter Ulbricht verkündete hier den Bitterfelder Wegreif zur Feder, Kumpel, die sozialistische deutsche Nationalkultur braucht dich. Die Wasserfront mit am gefluteten Tagebau Goethe-Siechi steht für den Wandel der Region von einer Industrie zu einer Erholungslandschaft, ebenso wie der weithin sichtbare, Aussichtspunkt auf der Hochhalde des ehemaligen Tagebau Holzweißig. Aktivitäten am Goethe-Siechi-See ist Wassersport aller Art möglich. Auch die passive Variante, mit Fahrt im 100 Jahre alten Segelschiff Messingreudnitz, wird angeboten. Veranstaltungssorte sind das Aquakulturhaus Wolfen und der Kulturpalast Bitterfeld mit wechselnden Angeboten und Gastspielen. Einkaufen Ein lohnendes Einkaufsziel ist Bitterfeld-Wolfen nicht, da das Angebot nicht über das Standardangebot diverser Ketten des Einzelhandels hinausgeht. Küche In allen Stadtteilen gibt es eine Palette von einfachen Imbiss-Angeboten, einfache Hausmacherküche, italienische, griechische und chinesische Küche. Gehobene Küche findet man in Bitterfeld in der Villa am Bernsteinsee. Nähere Angaben finden sich in den Ortsartikeln. Nachtleben Ein festes Theaterensemble gibt es in Bitterfeld-Wolfen nicht, auch die Kinos haben allesamt geschlossen. Im Kulturpalast Bitterfeld, gelegentlich auch im Kulturhaus Wolfen, gastieren auswärtige Künstler und Gruppen. Im Ortshell Bitterfeld gibt es einige Diskotheken. Unterkunft Neben einfachen Monteurs-Unterkünften gibt es einige Reiser- und Business-Hotels der Mittelklasse in Bitterfeld, Bobau und Wolfen. Ferienwohnungen sind vor allem entlang der Wasserfront entstanden, auch hier in der Bandbreite von Finnhütte bis zur Appartmentsuite in der Villa am Bernsteinsee, einer schlossartigen Fabrikantenvilla aus dem Kaiserreich. Arbeiten für spezialisierte Fachkräfte gibt es immer wieder Beschäftigungschancen in der Chemie- und Solarindustrie. Auch in der Gastronomie gibt es immer mal Arbeitsplatzangebote. Allerdings ist das Lohnniveau gering und der Arbeitsmarkt generell von hoher Arbeitslosigkeit als Folge des noch nicht vollständig überwundenen Strukturwandels geprägt. Sicherheit bei Beachtung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen ist die Stadt sicher. Erhöhte Kriminalität gibt es nicht. In letzter Zeit häufen sich Berichte von Wildschweinen, die immer mehr und gerne rudelweise in die Siedlungsgebiete ausschwärmen. Hier ist sowohl zu Fuß wie auch als Kraftfahrer erhöhte Vorsicht geboten. Gesundheit Ein Krankenhaus mit rund um die Uhr besetzter Notaufnahme steht in Bitterfeld, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2, 06749 Bitterfeld-Wolfen. Telefonnummer der Notaufnahme, 03493 31 2173 03493 31 2180, 24 Stunden. Praktische Hinweise Bitterfeld, Krippin und Holzweißig haben die Vorwahl 03493, Wolfen, Talheim und Bobo die 03494. Ein Postamt ist in Bitterfeld, Lindenstraße 11, nahe des Bahnhofs. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr 30 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 12 Uhr. Ausflüge Friedersdorf, 5 Kilometer östlich an der Gottsche, Buchdorf mit über 20 Antiquariaten. Altjersnitz, 13 Kilometer nördlich, über Friedersdorf, größte barocke Irrgarten Deutschlands, romanische Kirche. Lönitz, 15 Kilometer südöstlich, am Seelhausener See, eindrucksvoll bemalte Holzkassettendecke in der evangelischen Kirche. Delitzsch, 15 Kilometer südlich, B184, Barockschloss, gut erhaltene Abschnitte der ehemaligen Stadtbefestigung, Stadtkirche St. Peter und Paul. Greffenhainichen, 20 Kilometer nordöstlich, die Stadt Greffenhainichen liegt im Nordwesten der Dübener Heide, in unmittelbarer Nähe Veropolis, die Stadt aus Eisen. Landsberg, 20 Kilometer südwestlich, B100, weithin sichtbar, die Doppelkapelle St. Kruzis. Bad Düben, 23 Kilometer östlich, B183, Kleinstadt am Westrand der Dübener Heide. Burg mit Museum und Schiffsmühl. Dessau, 25 Kilometer nördlich über der A9 oder B184, regionales Oberzentrum mit Theater, Kino, Einkaufsmöglichkeiten. Bauhausbauten und Dessau-Wörlitzer Gartenreich sind UNESCO-Weltkulturabe.